Das ist übrigens mein Freund im blauen Shirt. Er sagte mir gerade, er hatte was mit einem Medic. Wie man hier sehen könnte, hat das Medic ein Problem. Und er jetzt auch. Wer von euch kennt eigentlich die Leute da oben auf dem Kran? Wisst ihr was die machen? Wenn genug Leute da drunter stehen, dann pingeln die da runter. Das heißt, ich stelle hier richtig. Ich würde mal sagen, 1, 3, 6, 16, Zicke, 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 zicke! Und jetzt Ausröster! Das war DJ Santos. Das war DJ Santos. Das war DJ Santos. Das war DJ Santos. Bis zum nächsten Mal.